Musik Was bedeutet die Musik für euch? Es ist ein doppelseitiges Schwert. In manchen Hinsichten, weil wir mussten Musik machen, wir mussten Instrumente lernen in die Sekten, wir mussten auf die Strasse singen, wir mussten mit denen betteln. Und dann ist immer die Frage, will man das überhaupt? Als Kind wollte ich auch andere Sachen, aber man hätte es nicht dürfen. Als ich weggelaufen bin, musste ich natürlich am Anfang Gitarre spielen, weil das war mein Überleben. Ich konnte nichts anderes. Ich war damals 15 Jahre alt. Ich durfte nicht einmal eine Wohnung mieten, oder einen Job haben, oder keinen Schulabschluss natürlich. Und ich musste spielen. Das hat mich immer geprägt. Ich sehe immer, wie sie nach Hause gehen zu ihren Eltern. Und ich muss nicht im Zelt übernachten, oder im Jugendherberg übernachten, oder irgendjemanden fragen, ob ich bei denen auf der Couch schlafen dürfte. Wie ist es denn cool, dass ihr die ganze Reihe auf euch gestellt seid? Ich bin von dieser Sekte Kinder Gottes weggelaufen. Erstmal mit 13. Und dann bin ich von der Polizei mitgenommen worden. Also ich habe mich freiwillig gestellt, in dem Sinne, weil ich ziemlich krank geworden bin. Also die ersten paar Nächte haben wir im Freien übernachtet. Es war sicher knapp 0 Grad. Auch im Herbst, weil in der Schweiz ist es schon kalt im Herbst. Und nach ein paar Tagen habe ich meine Eltern angerufen. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich will weg, aber nicht so. Und dann habe sie mir wieder in diesem Zimmer eingesperrt, weil ich vor, dass ich weggelaufen bin, habe ich den Prophet Moses David schwer Beleidigungen gemacht. Ich habe mich aufrüpfig verhalten. Und dann wollte man mich wieder schlagen und auspeitschen und ich habe mich gewehrt. Und wo ich mich gewehrt habe, hat man mich mit vier Erwachsenen zu Boden gedrückt. Und ich war dann Treppen aufgeschleppt worden. Und dann haben sie mich in ein Zimmer eingesperrt mit zu gebretteten Fenstern, komplett dunkel. In dem Zimmer hat es eine Matratze gehabt, einen Stuhl, einen Tisch und ein paar Bücher von der Prophet, das ich musste lesen. Ich durfte nicht duschen, also musste ich ins Zimmer alles machen. Und weil ich vehement geschraue und mich gewehrt habe, hat man mich bezichtigt, dass ich sei von Dämonen besessen. Und dann durfte ich fast acht Stunden lang einen Exorzismus über mich ergehen lassen. Was hat denn das Geissen? Zu Boden drücken. Zu Boden drücken. Ein Erwachsener nach dem anderen hat mich ins Ohr geschraut, Dämonen sei gar raus, hat man mich gepeitscht, hat man mich mit heiligem Wasser beträufelt. viel Geschrei, viel Beten. Und die ließen nicht von mir ab. Also in dieser acht Stunden habe ich mehrmals mir in die Hose gepisst. Also alle körperliche Funktionen sind da gekommen. Und wo sie dann endlich fertig waren, ich bin mehrmals ohnmächtig geworden. Und wo sie fertig waren, dann haben sie mir einen Eimer Wasser und eine Lumpe ins Zimmer geschossen und haben gesagt, ich soll mich selber meine Kleider reinigen. Und ja, die Sachen, die aus mir rausgekommen sind, das waren natürlich die Dämonen, die aus mir rauskamen und ich musste das halt putzen und reinigen. Und dann bin ich da die erste Nacht auf dem Boden geschlafen, ohne Hosen, ohne Unterhosen, weil sie waren halt dreckig und ich musste sie waschen, aufhängen und trocken. Aber das war ja nicht die erste Misshandlung. Nein, bei weitem nicht. Also das war einfach die prägendste von mir. Ja. Aber das war ja nicht die erste Misshandlung, sondern die letzte wahrscheinlich. Ja, also das ist die letzte Misshandlung in dem Sinne, wo ich in die Sekte war. Aber man hat mich dann bei Nacht und Nebel aus dieser Kommune rausgenommen mit meinem Stiefvater damals und meiner Mutter und sie haben mich nach Deutschland gebracht. Und dann waren wir immer von Hotel zu Hotel und dann ging es darum, ein Internat für mich zu suchen. Und am Abend musste ich dann immer Lebenslauf von Hand schreiben. Ich musste lügen ohne Ende. Ja, ich habe amerikanische Schule. Ich bin da und dort in dieser Schule und das und so. Und wenn ich etwas gesagt habe oder etwas nicht gemacht habe, wurde ich auch im Hotelzimmer gepeitscht. Also mit der Gurt. Aber das heisst, die haben eigentlich gar keine Schule gemacht. Genau. Wann? Man hat das nicht für nötig gehalten. Sogar der Prophet hat gesagt, »Reading, Writing, Arithmetic«, also die Basics. »Higher Learning«, also Hochschule ist eh das Teufelszug. Man hat ja auch prophezeit, dass mit 1993, dass Jesus ja eh zurückkommen würde. Er würde alle seine Feinde auf der Erde vernichten. Also man muss nichts lernen. Man muss nichts machen, genau. Man muss nur an Gott glauben und that's it, oder? Ihr hattet jetzt gesagt, er sei geschlagen worden, er sei beheitscht worden. Ihr hattet nicht in die Schule dürfen, aber als Kind hattet ihr noch viel schlimmere Misshandlungen erlebt. Ja, also als ich sehr klein war, hat Moses David, also dieser Prophet, gesagt, »Man soll Liebe mit seinen eigenen Kindern machen.« Das Liebe soll frei sein. Die Kinder sollen von ganz klein auf lernen, Liebe zu schenken und auch zu empfangen. Und das bedeutet mehr und weniger natürlich sexuelle Liebe. Und in diesem Zusammenhang hat der Prophet seine eigenen Kinder, Enkelkinder, vergewaltigt, misshandelt, penetriert. Und mir ist das auch passiert. Also das sollen alle Sektenmitglieder machen? Es gab viele, die haben das als falsch empfunden und haben das nicht mit ihren eigenen Kindern gemacht. Aber sie haben stillschweigend zugesehen oder das im Kauf genommen, dass es passiert, ja. Mein Stiefvater, der ist sehr aktiv in dem er war, der hat mich mehrmals vergewaltigt als kleines Kind. Ich habe täglich aufgefordert, mit ihm sexuelle Handlungen zu haben. Meine Mutter auch. Also sie ist da nicht irgendwie da in die Ecke unschuldig, sondern sie hat aktiv auch mitgemacht. Ich wurde von beiden gleichzeitig aufgefordert, mit sie Sex zu haben. Und ich habe das immer sehr als komisch empfunden. Aber ja, das war normal, oder? Das hat man gar nicht gemerkt als Kind, dass es falsch ist. Ja, und ich habe es nicht wollen, oder? Also, aber ich habe gedacht, ja. Mein Stiefvater hat immer zu mir gesagt, ja, wir sind verheiratet miteinander. Wir sind, ja, wir sind... Mit dem Kind? Ja. Ja. Ja, dass ich, meine Mutter, mein Stiefvater und mein kleiner Bruder, dass wir eine Spiritual Family sind, dass wir verheiratet sind miteinander. Und als Sättiges tut man sich auch gegenseitig sexuell befriedigen. Oder? Und wie alt sind Sie? Mein Stiefvater offiziell, offiziell mit den Misshandlungen, also mit der aktiven Misshandlung, wo ich bin ungefähr sechs Jahre alt, aufgehört. Aber auch nur, das ist jetzt das Krasse an dem, auch nur, weil meine Mutter hat sich bei anderen Erwachsenen beschwert, dass er sexuelle Handlungen mit mir vornimmt und sie findet, dass das gerade so wiegt, dass zwei Männer miteinander Sex haben. Das ist das, was sie nicht okay gefunden hat. Also die Mutter hat es nicht okay gefunden, weil der Stiefvater mit einem Jungen, also mit ihrem Sohn... Genau. Das hat sie gestört. Nicht die Tatsache, dass es Kind war, sondern dass es Männer ist. Und dann hat dieser andere Erwachsene, ist dann zu meinem Stiefvater gegangen und hat gesagt, ja, das zwischen zwei Männern, das ist tabu. Das musst du aufhören, sonst gibt es Exkommunikation, oder? Und dann hat mein Stiefvater zu mir ins Zimmer gerufen und hat gesagt, ja, wir dürfen nicht mehr miteinander Liebe machen, weil das können andere Erwachsene ja komisch empfinden, aber wenn du das möchtest, von dir aus, dann können wir natürlich wieder machen, aber wir müssen das geheim halten. Und ich so, ja, aber ich will nicht. Und dann hat er gesagt, ja, er ist enttäuscht, in dem Sinne, er findet das schade, aber er kann meine Wünsche respektieren. Also zum kurzen nicht. Naja. Aber du hast ja sehr lange gebraucht, bis du über das geredet hast. Erst vor zwei Jahren habe ich mit Worte gesagt, ich bin von meinem Stiefvater vergewaltigt worden, ja. Warum so lange? Ich habe es nicht über die Lippen gebracht. Also, ja, es ist auch sehr schwierig, oder? Das raubt einem den Stolz als Mann, als Vater, als Liebhaber, als alles, oder? Und ich habe auch jahrelang mich gefragt, ja, ob ich vielleicht irgendwie bisexuell oder homosexuell bin, wegen dem, oder? Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, nein, ich bin absolut hetero, ich bin überhaupt nicht gay. Ich glaube, diese Bedürfnisse, was ich erlebt habe, war mehr, dass ich wollte vielleicht einmal diese Art von Sex, wenn man das überhaupt kann sagen, erleben, von eigenem Willen aus. Dass ich sage, ich möchte das. Und nicht, ich werde aufgefordert, oder ich muss. Und es ist auch etwas, dass, wenn man im Alltag im Überlebenskampf ist, ich meine, ich kämpfe ums Überleben, seitdem ich 15 bin. Man hat so viele andere Sachen um die Orden. Dass man sich nicht um das kümmert. Man hat gar keine Zeit, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und man will auch gar nicht, weil man sagt, ich bin denen los, ich bin weg, ich bin raus. Es ist vorbei, oder? Aber dann habe ich angefangen, Horrorgeschichten über meinen Stiefvater von anderen zu hören. Er hat sich dann extrem vergangen an andere Kinder und acht-, neunjährige Mädchen und so weiter. Und dann habe ich gefunden, dieses Schwein muss man entweder umbringen oder ins Gefängnis stecken. Und dann musste ich zusehen, jedes Jahr, wie er immer meine Großeltern für Geld anbettelt und sein ganzes Leben auf Kosten von meinen Großeltern lebt. Und immer, ja, wissen Sie, mein Sohn, der Herr Seibel Junior, der ist einfach ein Prolet, der ist ungebildet, der ist emotional, der ist aggressiv. Und ich habe mein Bestes gegeben, um meinem Sohn ein gutes Leben zu ermöglichen. Und ich so, du Schwein, das ist gar nicht wahr. Und er hat versucht, ihn anzuzeigen. Ja, habe ich. In der Schweiz und auch in Deutschland. Und es ist beides abgeschmettert worden, wegen der Verjährbarkeit. Und darum bin ich Aktivist geworden, weil es kann nicht sein, dass solche Sadisten, dass solche Vergewaltiger, dass sie auf freiem Fuss leben, nur weil die Kinder, die misshandelt werden, jahrelang einfach zu beschäftigt sind oder zu traumatisiert sind, überhaupt sich mit das auseinanderzusetzen, was denen mal angetan ist. Und das kann einfach nicht sein. Also Verjährbarkeit. Ja, das muss aufhören. Das ist ein Schutz für die Täter. Das ist eine extreme Ruhe, die Kinder zu überwinden. Dass Opfer jahrelang müssen, um jedes Rappen zu betteln, um jedes kleine Job, um jede kleine Gelegenheit, irgendwie Geld zu verdienen. Oder wenn man mal als Anwalt oder Psychologe oder Psychiater braucht, dann sagt man, ja, das ist 20 Jahre her. Finde ich damit ab? Ich weiss auch, wo ich bin, war die Polizei-Revier gewesen. Der Polizist, der in dem Raum war, hat gesagt, ja, solche wie euch, die machen mich krank. Warum? Ja. Wir sollten aufhören, immer in der Vergangenheit, und ah, ich arme sich und so, und immer alle anderen müssen schauen für unser Problem, und wir wollen eh nicht mehr Geld, und wir können eh nicht mehr Anzeigen machen, weil wir Geld wenden, weil wir zu faul sind, um selber zu arbeiten und so. Und zum Glück. Wenn jemand so etwas sagt. Ich wünsche es dir nicht. Mein Leben wünsche ich dir nicht. Ich wünsche es dir echt nicht. Ich wünsche es dir nicht. weil du würdest auf die Schnurre kähen. Es gibt so viele Leute wie ich, die haben sich umgebracht, die haben andere Leute umgebracht, die haben Selbstverletzungen, Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch. Zwei von zehn Menschen, die in meiner Kindheit in dieser Sektion aufgewachsen sind, sind inzwischen tot. Und ich kenne viele, die nicht mehr leben. Und ich denke einfach, das ist ignorant. Dann hat man echt keine Idee, was einem durch den Kopf geht, wenn man so etwas sagt. Das ist einfach ignorant. Das kann man nicht anders sagen. Was ist denn euer Ziel als Aktivist? Mein Ziel ist, das Problem an der ganzen Sache ist, internationale Sekten oder so große Organisationen, die Kindesmissbrauch betreiben, die ändern ihre Namen, die wechseln Standorte, die reisen auf die ganze Welt. Und ein riesiges Problem ist der Tatort und die Zuständigkeit von den Ländern. Ein deutscher Mann geht nach Indien, vergewaltigt seinen Sohn, kommt nachher in der Schweiz, misshandelt seinen Sohn, weiter geht zurück nach Deutschland. Die Vergewaltigung ist in Indien stattgefunden. Die deutschen Behörden sagen ja, da müssen indische Behörden aktiv werden. Indische Behörden sagen ja, aber das ist ein deutscher Staatsbürger, Deutschland muss zusehen. Die Schweiz sagt ja, aber das ist illegal in der Schweiz, mit einem deutschen Sohn. Es geht uns gar nichts an. Es geht euch etwas an. Hunderten von Kindern hier in der Schweiz missbraucht wurden, unter eurer Nase. Die Behörden haben von euch weggeschaut. Ja. Sorry, aber das geht euch sicher etwas an. Wenn Kinder in eurem Land misshandelt werden, dann muss die Nationalität doch keine Rolle spielen. Mensch ist Mensch. Wie war das möglich? Ihr habt ja allein in der Schweiz gelebt, in dieser Sekte. Illegal, ja, die ganze Zeit. Illegal? Ja. Ich kam mit acht, neun in die Schweiz und habe das erste Aufenthaltsbewilligung bekommen. Ich bin Vater geworden von meinem Kind, mit 24. der einzige. Da stand plötzlich Polizei bei mir und habe gesagt, anmelden, Krankenversicherung oder ausweisen in 30 Tage. Und dann musste ich alles machen, was für einen normalen Menschen normal ist. Ja, müssen wir einen neuen Pass beantragen, Aufenthaltsbewilligung, Jobs suchen, alles Mögliche. Und dann bin ich richtig zum ersten Mal in meinem Leben quasi erwachsen geworden. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist schwierig. Das ist gar nicht so einfach, wenn man niemanden kennt und niemanden sieht, du musst dir zahlen, du musst Krankenversicherung haben. Kannte das alles nicht, oder? Das habt ihr alles nicht gelernt? Nein. Ja. Und eure Eltern und überhaupt die Sektenmitglieder waren zum Teil gar nicht angemeldet in der Schweiz? Genau. Sie haben sich immer illegal aufgehalten, in diese riesigen Kombo-Heime. Und dann hat man das immer so, also ich habe im Nachhinein vier Jahre später herausgefunden, die haben meistens so getan, es werden das irgendwelche amerikanische oder britische oder ausländische Seminare, wo man auch die Kinder hat, wo es quasi wie es Kinder-Summer-Camp ist und wie auch immer. Und immer so die abstrustesten Ausreden. Und es gab schon Kontrollen, wo die Behörden da sind. Und ich weiß auch, dass wir so eine Kontrolle gehabt haben. Und wir mussten immer um halb sechs Uhr aufstehen, Picobello angezogen werden, immer jeder mit ein kleines Uniform, immer in einer Linie stehen, abmarschieren zum Frühstück nachher, abmarschieren zum Geschirr waschen, also immer sehr regimentiert. Und dann ist dann diese Kontrolle gekommen, wir mussten so tun, als wäre mir so ein Summer-Camp. Und dann haben sie gesagt, ihr dürft heute nicht marschieren, ihr dürft nicht so tun wie militär, ihr müsst einfach jeder eins nach der anderen der Treppe runter. Und dann hat wirklich der eine im Zimmer gestanden und hat gesagt, okay, zwei Leute raus. Und dann ein paar Sekunden warten, okay, die nächsten zwei dürfen runter. Sodass es so aussieht, als wäre es entspannt. Aha. Oder? Und dann die Queerrolande, so wie ich, haben wir dann einfach weggehalten. Also man hat der Behörde aber etwas vorgemacht. Also die Sechsten hat der Behörde etwas vorgemacht. Weil eigentlich fragt man sich, wie ist es möglich, dass in einem Land wie der Schweiz, wo Schulpflicht allgemeine gilt, also dir zum Beispiel einfach jahrelang nicht in der Schule, wie ist das möglich? Frag meine Eltern. Also ich kann mir das fast irgendwie gar nicht vorstellen, aber ich habe es selber erlebt. Also ja, wenn man jetzt als Selbervater kann ich mir das gar nicht vorstellen, wie es damals passiert ist. Aber wir sind auch, also man hat uns auch extrem versteckt, oder? Also wo ich bin, wo wir sind in Zürich angekommen, von Deutschland, haben wir eine kleine Wohnung. Also zwei Zimmer Wohnung, Wohnzimmer und Küche. Wir sind 20 Leute, mein Gestalt, wochenlang haben wir uns Kinder nur am Abend rausgegangen, wenn überhaupt, und nur unter strenger Begleitung. Und wenn die Erwachsenen am Abend keinen Bock hatte, haben wir die Wohnung nicht verlassen. Das heisst, wir waren für eine Woche einfach in diese kleine Wohnung eingefercht. Damit es nicht aufgefallen ist, dass das Kind nicht in die Schule gehen. Genau. Und es hat dann mehrmals andere Leute aus der Nachbarschaft bei uns gelutet. Und dann haben wir gefunden, ja, wir haben Kinder dort gesehen. Und was machen die da eigentlich? Und haben sie wissen, und so. Und dann sind sie immer recht unfreundlich dann absolviert worden. Und dann irgendwann ist das denen zu heiss geworden. Und dann sind wir dann von dieser Wohnung geflüchtet. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel bei uns im Archiv zwei Beiträge gefunden, die das Schweizer Fernsehen gemacht hat. 75 und 77. Ja. Über die Children of God. Oh, ja. Und dort sieht es einfach aus, wie wenn es so eine harmlose Hippie-Sekte wäre. Ja. Wie habt ihr es erlebt? Also, mein ganzes Leben, bis ich fast 15 Jahre alt war, war Terror. Ich habe Angst von morgens, von dem Moment, dass ich aufgestanden bin, bis ich schlafen ging, habe ich Angst gehabt von dem Ende der Welt, dass es der dritte Weltkrieg ausbrecht, dass es irgendwie atomärische Atombomben nicht gibt. Und man hatte Angst, dass die Polizei uns um die Nacht zu verhaften und uns wegsperren. Also, man hat jetzt einfach permanent Angst eingejagt. Und wenn es nicht von äusserlich ist, die Angst gewesen ist, von innen gewesen ist die Angst. Oder Angst vom kleinsten Widerreden sofort auszupeitschen. Zum Beispiel das Glauben in Frage stellen, da hat man ein Redenverbot bekommen. Und ein Redenverbot, nicht ein Redenverbot, nicht einfach, du darfst nicht reden, man hat dir den Mund physikalisch zugeklebt. Mit Klebeband. Und dann hat man dir die Hände in den Rücken gebunden. Und dann hat man ein Schild auf der Brust gehabt mit, ich habe Redenverbot, es ist verboten mit mir zu reden. Wenn du hast einen angequatscht, der Redenverbot hatte, hast du auch Redenverbot bekommen. Und dann sind dir die Hände hinter dem Rücken nur entbunden worden, dass du könntest schwer körperliche Arbeit machen, also Schneeschaufeln, abwaschen, kochen, kochen, und kochen. Kochen ist immer verschimmelte Gemüse, verschimmelte Kartoffeln, verschimmelte Brot, alles so. Warum? Ja, riesige grosse Kommune mit über 200 Leuten. Irgendwie muss man sie ja füttern. Und die Leute sind jetzt zu faul, um zu arbeiten. Dann sind wir immer zum Migros und Coop gegangen und dann konnten sie manchmal solche Grosshändler überreden, die Essenwaren, die abgelaufen sind, uns zu geben. Und dann haben wir abgelaufenen Joghurt, abgelaufenen Joghurt, also ich habe nur abgelaufenen Schiesstreck gegessen, bis ich von dieser Sektor rausgekommen bin. Aber eben, und sonst mussten ihr auf der Strasse Musik machen und betteln? Oder wie? Genau. Also mit meinem Stiefvater, vor allem, sie haben extra immer geschaut, wenn es Schulferien hat. Aber wenn es Schulferien hatte, das hat geheissen, von morgens bis abends singen, traktakten, betteln, betteln, betteln. Und wir haben vielleicht auf einem ganzen Tag mit 12, 13, 14 Arbeitsstunden ein paar Sandwiches bekommen, ein bisschen Wasser, wenn überhaupt. Manchmal hatte es nicht einmal Fleisch auf dem Brot, sondern einfach trockene Brot mit Wasser. That's it. Aber das heisst, die Sekte hat eigentlich vom Betteln gelebt, auch in der Schweiz? Ja, man kann schön reden mit Spenden oder wie auch immer, aber im Grunde genommen ist das Betteln, nichts anderes. Okay. Ich weiss noch, als ich zwischen 10 und 13 Jahre alt war, war das für mich das Brutalste. Da bin ich auch mit meinem Stilvater viel zu singen, auch in der Schweiz. Und wenn ich einen Ton falsch gesungen habe, einen Griff falsch gemacht, einen Schlag auf den Bongo falsch gemacht, habe ich mich manchmal von allen Leuten aufgehört zu singen und habe mich voll zusammengeschraut. Ein bisschen rot ins Gesicht, also bis seine anderen geplatzt hätten. und er hat einmal so ausgetickt, dass sogar der Restaurantbesitzer überall kam und hat meinen Stilvater gesagt, er sollte bitte das Restaurant verlassen. Und das ist auf jeden Fall der Mann straffrei ausgehalten? Ja, er lebt straffrei. Meine Mutter auch. Das Geist an das Ganze ist, meine Grosseltern, die älteren meiner Mutter, haben ihr Leben lang versucht, uns Kinder aus dem Sektor herauszuholen. Sie haben gekämpft und gekämpft und gekämpft. Und jetzt sind sie tot. Und dieses Arschloch, dieser Kinderschänder, lebt in ihrem Haus auf ihrer Küste. Und weisst du, ich will nichts von meinen Eltern, ich will nichts von meinen Grosseltern, das kann mir am Arsch vorbei, aber ich will nicht, dass dieser Vergewaltiger in dem Haus meiner Grosseltern lebt, nachdem meine Grosseltern jahrelang probiert haben. Das ist einfach der Schmachschnecht. Also das ist... Aber die können nichts machen. Nein. Nein. Also ich habe mir auch schon überlegt, auf Deutschland gar eine Selbstjustiz auszüben, aber ich will nicht. Ich will das... Das wäre fast zu nett. Auf irgendeine Art und Weise. Er lebt sein ganze Leben wie, ich diene Gott, ich habe nichts Schlimmes gemacht, ich habe ja nie irgendwie Kindermisshandel oder so, streitet alles ab, lässt seine Opfer als schlechte, unerziehbare Menschen darstellen, und verkauft sie ihm die Lüge erfolgreich. Für so einen Menschen, das einzige Weg, der richtig zu bestrafen ist, ihm die Lüge wie ein Teppich unter sie die Füße rauszureißen, dass er voll auf die Nase geht, und dass alle Leute merken, was für eine Lüge und was für eine Drecksalte ist. Und das will ich erreichen. nicht nur der, es hat so viele andere Leute, die strafweit davon gekommen sind. Und, wo ich habe angefangen, mich zu äußern, wegen dem, habe ich in Facebook andere so Ex-Sektenmitglieder, also in meiner Generation gefunden, und dann habe ich angefangen, die Geschichten zu hören. Und dann habe ich gefunden, Jesus Gott. Und die meisten Leute, die wollen nicht, die sagen, ich habe mich damit abgefunden, ich habe es irgendwie überlebt, ich habe inzwischen ein bisschen mein Leben in Ordnung und so, wir wollen es vergessen, wir wollen Abschluss machen. nicht mehr damit zu tun haben. Und es gibt dann, die, so wie ich, die kann man auf eine Hand zählen, die aktiv sind. Es gibt ein paar in England, in Schottland, ein, zwei in Amerika, that's it. Und wie erklärt ihr euch das? Ich meine, das müssen ja hunderte gewesen sein, die Kinder, weltweit. Wie erklärt ihr euch das, dass das nicht, wie soll ich sagen, dass dich die nicht alle zusammen tun und kämpfen? Survival Instinkt, Überlebensinstinkt. Es ist viel einfacher zu überleben, wenn man sich gar nicht mit dem auseinandersetzt. Man hat Angst, man hat Angst vor sich selber, man schämt sich auch. Die meisten Leute, die wollen nicht aktiv werden, weil sie sich schämen, weil die ihre Arbeitgeber, sogar ihre Ehemann oder Ehefrau oder Kinder oder Verwandte, sie wissen nichts von dem. Und, sorry, aber, wer tut schon als erwachsene Frau sagen, ah ja, weisst du übrigens, mit 11, 12 bin ich von alle erwachsene Männern in einer Kommune durchvögelt worden. Das ist einem feinlich, das will man nicht, oder? Und ich meine, ich bin nur sexuell in dem Sinne misshandelt worden, bis 6 sind, oder, ok, nachher bin ich dann schon hier und da angelangt worden, wie auch immer, ausgepeitscht. Aber die Frauen, bei denen ist das ein Leben lang sie, oder? Mit 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, die haben sogenannte Sharing Nights, wo man ab zwölf Jahre alt als Motti in der Sekte als erwachsene Frau gegolten. Und dann hat sie mit erwachsene Männern gegen ihren Willen Sex haben. Und zwar nicht nach Willen, sondern du wirst irgendjemandem Zug getötet bekommen. Und wenn du Nein sagst, du bist ein Egoist, du bist nicht spirituell, und man würde bestrafen das auch, oder? Krass. Sex verweigern. Ich habe da so ein Blatt hochgeladen von Moses David, da ist so ein Brief rausgekommen, das heisst The Girl Who Wouldn't, die Frau, die nicht wollte. Das schauen wir gerade an. Das ist ein Artikel von einer erwachsenen Frau, die hat sich geweigert mit dem Propheten zu schlafen, und er steht in dem Brief, Ja, wenn ich muss, werde ich sie zusammenschlagen. Ich werde diese Frau zusammenschlagen, bis sie bricht, bis sie aufhört, ein Egoist zu sehen. Und die Sekte gibt es heute noch, und sie haben das nicht widerrufen, diesen Briefen von den Sektenanführern. Sie haben nicht in die Öffentlichkeit gesagt, nein, alles das, was dieser Prophet damals hat gesagt, wir stehen nicht dahinter. Sie haben nie. Sie haben nur gesagt, Sex mit Kindern machen wir nicht. Aber das ganze Zwangsliebe und so, das ist offiziell immer noch ein Teil von ihrem Glauben. Müssen wir sie dann verbieten, die Sekten? Man kann nicht in dem Sinne solche Sachen verbieten, das ist schlicht und einfach unmöglich. Die Menschen werden sich immer treffen im Untergrund oder sonst etwas. Was man machen kann, ist die Gesetze so umändern, dass wenn jemand eine Frau oder ein Kind misshandelt, dass er weiss, er wird das Leben lang verfolgt wegen dem. Und dass er das vielleicht zehnmal überlegt, bevor er das macht. Das ist, ich glaube, die Lösung. Unverjährbarkeit. 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 Und zwar international. Und zwar auch die Länder auf der ganzen Welt sagen, wir stoppen das. Egal, wo der Täter sich aufenthält, egal, wo das Opfer sich aufenthält. Wenn ein Opfer in China oder Schweiz oder Afrika oder USA geht zur Polizei und sagt, ich bin gegen den, den vergewaltigt worden. Und ein Rechter sagt, ja, diese Geschichte ist glaubwürdig, dass man einen internationalen Haftbefehl gegen diesen Menschen ausführt. Und zwar weltweit. Und dann wird dieser Mensch vom Gericht gezerrt. Und zwar egal, wo. Spielt keine Rolle. Wo. Das Gesetz ist eindeutig. Gleich, was das anbelangt. In meinen Augen. Schwere Vergehen gegen Kinder soll das Verwahrung haben. Jemand, der so dermaßen Kinder versklavt, misshandelt, zur Arbeit zwingt, sexuell missbruft, vergewaltigt. Gefängnisverwahrung. Basta. Basta. Ho. W 브�モ. D休itas. Ho. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018